So, Smokescreen Graves. Ich weiß nicht, Sheen oder? Ja, ich glaube, Sheen. Ja. Kauft man sich ja so. Obwohl. Ja doch. Obwohl. Ja doch. Obwohl. Ja doch. Scheiße, ich kann mich nicht entscheiden. Ich hab, glaube ich, zuerst mein Main-Schild. Einfach nur... Wie komm ich ins Troll-Game? Alter, der wollt mich doch alle verarschen. Weißt du denn? Alle fragen sie nach. Ich lasse sie alle 5000 Mal ein und dann, wenn's losgeht, dann fragen sie nach. Wie komm ich rein? Mann, 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 Mann. Gar nicht mehr. Ne, wir sind voll. Aber eigentlich nicht. Weil diese Kacken von Randoms ja unbedingt losmachen wollten. Fast ist Q, ja, Q. So, ade, ade. Smiley! Ah, gut, ich weiß gar nicht, ob ich den leiden kann. 30 Damage, Smiley! Oh, da ist das. Das Mundo. Mundo, go this way. Was tust du da? Ich? Ja. Ich habe den Dings Pogo gefüttert. Ah, ja. 9 Damage mach ich ihm. 9 Damage mit meinem Feuer. Ja. Gut, ne? Ja. Gut, ne? Ah, das find ich nicht cool. Ist übel stark. Macht auch Schaden. Vor allem, weil der Magic Pen Boots als erstes geholt hat. Ah. Bringt den alle trotzdem nicht hier. Ist halt nur, nur ein Muppenduller, der was machen könnte. Der Heal! Der Heal! Von? Tarek, sonst wäre er First Blood gewesen. Geht halt nur auf mich. Ich mach den Minions ganze 6 Damage mit meinem Feuer. 6 Damage. Flamthrowing sieht richtig gut aus, ey. Stimmt, dann haben die ja ge-rebirdt. Ziggs ist einfach. Ziggs ist abartig, ja. Alter, hallo! Scheiß CX! Sieht ganz schlecht aus. Für dich. Mundo. Der will schon wieder den Kill klauen. Ich seh's doch jetzt schon. Na, mein Damage hat nicht funktioniert. Der hat ja eine Kompennung von gegen das Lampennal. Ja. Jetzt versteht dich schon. Der kann sich nicht mehr. Der hat ja schon neue種 Leistung. Und das ist nicht mehr. Ich muss nicht mehr zupflegen. Verpasst dich Bladimir Alter Oh ich komme ich komme Verdammt du brauchst Hilfe von mir Ey du zickst es einfach mal ein halbes Level vor mir gewesen wenn er so viel Kill Erfahrung bekommen hatte Oh ich habe Angst vor der Bladimir Ulti, ah er hat noch nicht glücklicherweise Ah der hat seine Ulti schon Aua Ja Ich habe meine Ulti Fast Fast tot der Typ Da ist ein Taric noch drin, nice Was anderes kann man ja nicht mit der Ulti aus der Kerste hier Oh ja Oh ja Boah du bist so rot Kragas ey holy shit No Help me Hm Hm Ja ni 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 li 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 Ich will nicht sterben So full Heilpots Was Ja 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 Ab Hast du Angst ja Ich muss wieder überleben Ich bin Ich hab Killingspree Ich hab Killingspree Ich hab Killingspree Ich hab Killingspree Ah mein Ulti macht nicht genug Schaden auf AP Okay Renn doch weg Warum fightest du Egal ich musste sterbe Oh 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 lach ist totum Du Oh Da ist noch ein Kragas links drin. Ja, Mono verliert viel Leben durch das Beil schmeißen, wenn er nix trifft. Ja. Und Ziggs könnte sterben und wird auch sterben. Ich gehöre mich am Kragas, das ist kein Ding. Macht er eh kaum Schaden. Ach, keine Lust. Ach, Mann! Ach, Mensch, Kragas, so viel verschwendet. Dieses Beil, Mann! Holy shit! Oh, das war keine gute Idee. Doch, doch. Hatte ich dich getroffen, das ist kein Ding. Was? Warum hat er meinen Namen gesagt? Ach, wer im Heapack war? Ja. Ah, ne, nicht du, Grager. Verpiss dich, Mann. Oh, yeah! Nice! Zack! Kommst du klar? Warum der? Ich hab den Kill verdient. Das ist doch ein Fuck-Kack-Stil, oder? Ja, ganz leicht. Holy shit! Ganz, ganz leicht. Brauchst du das Feedback? Nein, ich hab Lifesteal. Okay. Bist du ein Stealer? Oh, da ist ein Tarek drin gewesen. Alter! Gebeile, ne? Ich hab den Kill bekommen. Boah! Glückwunsch! Da kommt der Nächste! Du hast doch schon 5-1, Alter! Ich bräuchte echt mal Boots. Na gut. Shutdown! Ich bin unterwegs. Hier ist ein Heapack. Irgendwo ist bestimmt der Mund noch. Da ist er. Ah, natürlich trifft's mich. Ganz klar. Guter Schaden vom Gragas, ey. Holy shit! Der einzige, der richtig Schaden macht, ist nur Mundo. Ja, und das auch nur, weil er prozentualen Schaden macht. Ja, eben. Prozentualer Schaden OP, ey. Oh, ja. Weißt du, wie OP es ist? Ich mach ja auch Prozentualen oder Baros und so weiter. Na das! Oh Gott. Ich bräuchte cooler Ombuds, glaub ich. Fighten! Ich hab'n Kill! Der Penalty mir gestealt. Der Penalty. Oh Gott. Der Penalty. Die da ist so gut. Er will nur auf mich. Er greift eigentlich gar keinen anderen an. Ne. Außer wenn ich noch mal tot bin. Doch dich, ab und zu mal dich Ab und zu Er hat ein Sunfire, das ist eklig Gragas macht irgendwie viel Schaden, darf der auf Adi gespielt werden, ja? Auch für Tagspit auch? Nein, du musst erst mal nachgucken, der macht Schaden Oh, Gragas darf nicht auf Adi gespielt werden Oh, Gragas, oh Leute Ich brauchst ein komisches Zauberbuch Ja Gragas darf nicht mal auf Adi gespielt werden Schon lange nicht mehr erscheint Gib C4 Adi Mein Gott, Alter, diese Fragen könnt ihr so selbst beantworten Danke, Wladimir, danke Ohm, Shalom Shalom Ach, danke Wladimir Patsch Solltest du weniger schreiben, mehr spielen Oh, ich glaub, ich hab dir gar nicht Schaden gemacht Den es ist Okay Boah, der ist schon, den er mir macht, ey Oh ja, ich hab ihn geslaynt Oh ja, den hast du gestealt, Bitsch Oh ja, den hast du gestealt, Bitsch Die hat den wohl gestealt You have a Pickaxe Boah, ich hab mir ein Mini getraut, das ist das Kacke Ich brauch f... Alter, der hat den Mini geheilt Ich brauch viel mehr AP Okay Er ist halt Nail-Tool-Probleme Miuu Brauchst du Hilfe? Ich komm mit zum Steelen Ich komm mit zum Steelen Nein Ist kein Ding Ist egal, das war's wert Das war's wert Hilf mir, NOOOOO 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 NICE ilsgibt Es gibt halt im Team Tanki Sachen Ist egal Von euch dacht eh jeder Tanki Spielt密 Ja, so gehts auch Miuuu Ahja, Mannisle procureimo Nioeu sober Oh, er hat ganz Millions getötet Huilt hier Huilt hier einen Ah!? Ach nein das geht ja nicht mal Das war ja das alte Was meinst du? Er ist... Vota Das war das alte gewesen Vota!? Genau Was AP und Spellbam gegeben hat. Ja. Oh, keiner drin. Er hätte ein bisschen Damage kassiert. Ein bisschen, ja. Der ist Tanky, der Blatt. Das ist uncool. Ich hab gerade mal 400 AP. Ja. Hätten wir vielleicht eine Träne holen sollen oder sowas. Markitisch drinnen. Markitisch drinnen. Das macht Mana. Kein Mana mehr. Die Range von dem E ist einfach zu kurz. Ja. Warum soll ich einfach die Ulti-Spam? Hier, auf den da. Ah, er hat sowas von null cool dann auf den scheiß Beilen. Hier, hier, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hier hinten. Alter, das ist so eine Randzau, ey. Okay. Mundo Penta. Na. Vielleicht kommt wieder ein Ulti geflogen. Oh, er hat nicht mehr gepackt. Er fehlt. Ganz leicht. Minimal. Ich kann ihn töten. Ah, er hat dich zu heilen, du Sau. Oh, oh. Er sieht dich nicht mehr. Wie wird ihn grad so trollen? Ah, er macht so ein Mechanismus schaden. Aber der Mundo sagt, will ich trollen. Da haben wir aber gerade. Vielleicht kommt noch ein Ulti geflogen. Bestimmt fliegt die besser. Juuu, ey, wenigstens du hast getroffen, ja. So, so much damage. PAM! Es war leicht voraus. Wollen wir rauf? Ich weiß nicht, aber ich will auf jeden Fall sterben. Okay, ich geh sterben. Ich geh sterben. So, jetzt machen wir ein Auto-Attack ein bisschen mehr Schaden. Jetzt respawning zu. Boah, diese Ulti macht so wenig Schaden. Nein, lass uns in Ruhe. Alter. Ist ja abartig. Nein. Du Armer. Ich brauch mein Schild. Was gibt denn noch alles an Schild? Ah, das hier gibt Schild, glaube ich, gell? Ich bin so was von tot, der Arp of Winter gibt Schild. Face of the Mountain, würde ich mal sagen, ne? Arp of Winter gibt Schild, aber ich weiß gar nicht. Doch, darfst du ja eigentlich kaufen. Was, Tanki? Ja, natürlich. Ja, darfst du ja kaufen. Ich hab mir halt nur Lifestyle geholt, das ist ja nie. Ja, das zählt natürlich wieder. Alter, der Dermatch, man. Sehr lächerlich, muss ich schon sagen. Ich hab jetzt 3.000 Leben. Sehr lächerlich. Ich hab' nicht mehr Flaschen, Alter! Oh, der Minuzi-Ulti. Eins davon jetzt zu viel, glaube ich. Das kann ja auch noch ausbauen, das ist ja kein Ding. Kann man mir noch so eins? Hab' ich denn schon Max Cooler Reduction? Hätt' ich. Lol. Jetzt hast du deine 40 Prozent. Na, sogar von 45 Prozent. Es geht doch nicht über 40. Weiß ich. Ich krieg' nicht mal, ich hab' gerade mal 30, warum auch immer. Echt jetzt? What? Ja. Entweder Dwight ist verändert, oder man gibt nur noch zwei. Ach nee, ist hier nur wieder Unite Passive, bringt dir ja gar nichts zweimal. Ach so. Hm, dann müsste ich das Ding nehmen. Der sollte da weggehen. Die Eve? Ja. Aber ich heal sie. Na, durch deine Fountain da. Wir müssen auf jeden Fall den Munde töten. Okay, dann. Das war's, Wolf. Wir können die töten. Ja. Okay. Er macht das schon. Diese Deutschen. Oh ja. Oh nee, nicht Tarek schon wieder. Wie er denkt. Du kriegst ein Schild. Joll. Ich erzähl auch nicht, dass es ein Tank-Item ist, ich erzähl, dass es Leben bringt und Leben ist nicht erlaubt. Na, ich will die töten! Victory!